Da ist was los, wenn die Raiffeisenbank ihre Clubmitglieder ins Kino mal 4 nach Wieselburg lädt. Und das nicht zum ersten Mal. Wir haben heute hier zum mittlerweile 20. Mal die Raiffeisen Club Kino Party hier im Kino mal 4 Wieselburg bei unserem langjährigen Partner, dem Kino. Und ja, was ist da los? Wir bieten Filme an für die 10- bis 19-jährigen Kunden von uns. Das heißt, es gibt vier Beginnzeiten. Die Kinder oder Jugendlichen können sich einen Film nach Wahl aussuchen, sich die Kinokarte bei uns in einer Filiale abholen und dann eben einen Gratis-Kinobesuch genießen. Jedoch ist der kostenlose Kinobesuch nicht das einzige Schmankerl. Vor jeder Vorstellung gibt es immer eine Verlosung in jedem Saal. Jeder Teilnehmer, also jeder, der bei der Kinoparty dabei ist, der einen Sitzplatz hat, nimmt automatisch teil. Es gibt eben zu gewinnen Ausbildungspakete, eben vor der Startup-Fahrschule Henke zu gewinnen. Und ja, jeder gewinnt sozusagen. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass eigentlich alle die Möglichkeit haben, in allen Startup-Fahrschulen in Österreich, das sind fast 20 Fahrschulstandorte, so ein Mikrocar oder eine Ligier Probe zu fahren. Und wenn einem das gefällt, das kann man erst dann entscheiden, weil man wirklich einmal drinnen gesessen ist und das ausprobiert hat, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu starten. Und für die Probefahrten stehen da qualifizierte Fahrtrainer zur Verfügung, sodass auch nichts passieren kann. Das ist eigentlich genau das, was unsere Kooperation mit den Startup-Fahrschulen ausmacht, dass man wirklich vorher die Möglichkeit hat, dieses Fahrzeug zu testen und dann zu entscheiden, ist es meins oder will ich lieber mit dem Moped fahren. Aber ich bin mit dem Fahrzeug ein ganzes Jahr mobil. Ich kann im Winter fahren, ich kann Leute mitnehmen, ich kann Dinge mitnehmen, ich kann Erledigungen machen, die ich alle mit dem Moped nicht machen kann. Da bleibt ja fast kein Wunsch offen, außer vielleicht perfekt gestylte Haare für die Kinoparty zu haben. Aber auch hier wurde vorgesorgt. Wir sind jedes Jahr bei der Kinoparty in Wieselburg und machen Frisuren für die Raiffeisenmitglieder. Locken oder Steckfrisuren, Flechten, ja. Jetzt aber schnell eine Tüte Popcorn besorgt und ab zur Ticketkontrolle. Der Kinosaal war bis zur letzten Reihe voll. Eine tolle Party, die auch gut ankommt. Ja, eh ganz coole Stimmung da und so mit DJ und allem drum und dran, ist recht cool, ja. Am besten gefällt mir heute das Mikro-Kauf fahren draußen. Das Ganze, dass so viele Leute da sind. Äh, Popcorn. Popcorn, ja. Äh, alles. Filmschauen. Ja, Popcorn. Weil es einfach so cool ist. Ja, es kommt super an. Also wir haben wieder volles Haus heute hier. Es sind um die 700 Besucher, so ihren ganzen Nachmittagabend verteilt im Kino. Und ja, es ist für viele oder auch für uns das Event-Highlight des Jahres, ja. Eine gelungene Veranstaltung mit angesagten Filmen, leckeren Naschereien und dem coolsten Publikum. Im Anschluss des Films startete auch die Ausziehung der Lose. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.